Mein Name ist Karin Kraschle-Hirschmann, arbeite bei Siemens Mobility im Bereich Intelligent Traffic Systems und habe 2001 den Studiengang Infrastrukturwirtschaft besucht. Unser Team beschäftigt sich damit, Verkehrsmanagement-Applikationen in das Feld zu bringen und umzusetzen. Kleine Möglichkeiten sind zum Beispiel, ich habe Kreuzungsbereiche im innerstädtischen Bereich, großes Gefahrenpotenzial, vielleicht vor Schulen oder vielleicht da, wo sehr viele Menschen mit Einschränkungen unterwegs sind. Und dort möchte man einfach Lösungen finden, um diesen Bereich sicherer zu gestalten. Ich komme schon aus dem Bereich der IT, habe eine HTL für Informatik gemacht und habe genau nach einem Anwendungsgebiet gesucht und der hat mir damals nur die FH in Kapfenberg geboten. Dieses breit gefächerte, diese Komposition von mehreren Fachgebieten, Menschen aus unterschiedlichen Disziplinen mit unterschiedlichem Verständnis und es ist genau die Kunst oder das Interessante daran, das auf einen Nenner zu bekommen. Interesse, 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 Interesse. Bei nur das, was man selbst auch an persönlichem Interesse in das Thema einbringt, kann man dann auch mit entsprechenden Erfolg multiplizieren.